Wie Mimi Domspitz. Das ist echt... Ach Gott, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Ihre Schwester macht sich Sorgen um sie. Das war so klar. Was ist denn jetzt wieder? Gib doch einfach zu, dass du sie geil findest. Ja, sie ist ganz hübsch. Na und? Was spielt denn das hier für eine Rolle? Keine. Außer, dass es dir total die Sicht auf die Tatsachen vernebelt. Mach du, was du willst. Ich geh da jetzt noch mal hin. Was? Wohin? Zu einer Domspitz. Ja, war ja klar. Viel Spaß. Was ist denn eigentlich los mit dir? Nichts. Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat und lass dich überraschen. Du kannst, dann kommst du okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020